Moin und herzlich willkommen an der ISM Hamburg. Wie man uns schwer erkennen kann, befinden wir uns hier in der wunderschönen Hamburger Hafenzüdie. Ich bin Stella und ich zeige dir heute die wichtigsten Orte an der ISM Hamburg. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir befinden uns hier im Eingangsbereich der ISM. Das Studiensekretariat hinter mir ist die erste Anlaufstelle für Studenten und Studentinnen an der ISM. Dort bekommst du dein Semesterticket, Infobroschüren und bei allen anderen Problemen helfen dir die Kolleginnen und Kollegen immer gerne weiter. Als nächstes befinden wir uns in unserer Bibliothek. Hier findest du fachspezifische Literatur, Wirtschaftsmagazine und Zeitungen in verschiedenen Sprachen. Ob Bachelor, Master oder Hausarbeit, hier bekommst du Hilfe bei Recherche und Korrekturarbeiten und kannst ruhig, entspannt und konzentriert lernen. Alle Informationen rund um dein Auslandssemester oder Auslandsmodul findest du im International Office. Hier wird dir bei der Planung und Durchführung deines Auslandsaufenthaltes geholfen. Dabei kannst du weltweit aus einem Netzwerk mit 190 Partnerhochschulen deine passende Universität auswählen. Zudem steht dir das International Office auch während deines Aufenthalts zur Verfügung. Das Career Center ist die zentrale Beratungsstelle rund um die Themen Bewerbung, Berufseinstieg und Karriereperspektive. Es bildet die Schnittstelle zwischen Studierenden, Alumni und den Unternehmen. So bist du optimal auf die Zukunft nach deinem Studium an der ISM vorbereitet. Wir befinden uns hier in einem der zahlreichen Vorlesungsräume am Campus. Primär finden hier Vorlesungen und Vorträge statt. Du kannst den Raum aber auch nutzen, um gemeinsam mit deinen Kommilitonen an Projekten zu arbeiten. Nach deiner Vorlesung hast du die Möglichkeit, dich mit deinen Freunden an einem der Meeting-Freunds zu treffen. Ihr könnt gemeinsam dort einen Kaffee trinken, euch unterhalten oder ganz einfach entspannen. Das war's auch schon mit unserer kleinen Campus-Führung. Weitere Informationen zu deinem Studium findest du hier auf der Homepage. Ich würde mich freuen, dich bald am Campus Hamburg begrüßen zu dürfen.